Far away Hallo, die aktuelle Situation stellt uns natürlich alle vor eine Herausforderung. Dennoch versuchen wir als Stadtwerke Dreieich den Kundenservice aufrecht zu erhalten und stehen euch für Fragen immer zur Verfügung. Alle notwendigen Arbeiten laufen weiter. Auch die Arbeiten an Kundenmagazinen, Pressemitteilungen und Social Media laufen wie gewohnt weiter. Auch Produktentwicklungen finden bei uns kontinuierlich statt. Ganz neu bei uns zum Beispiel Klima Pur. Licht pur, eine Beleuchtungspacht, speziell für Geschäftskunden. Wir sind immer für euch erreichbar im Büro sowie flexibel aus dem Homeoffice. Und zur guten Laune tut es aber keinen Abbruch. Controlling bei den Stadtwerken Dreieich funktioniert auch aus dem Homeoffice heraus. Da wird, wie ihr seht, der Esstisch schon mal zum Schreibtischtakt über umfunktioniert. Ich steuere den Lieferantenwechsel nun von zu Hause aus. Energiewissen für Kinder im Kindergarten, in der Schule. Zum Beispiel hier Experimente zum Thema Wind, zum Thema PV. Wir sind immer startklar. Ich unterstütze meine Tochter beim Lernen und sie mich beim Arbeiten. Und zur Führung auf unserem Solarpark. Jederzeit gerne bei uns mit. Wir arbeiten aktuell an einer Stellenausschreibung im Kundenzentrum. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und bleibt gesund. So, ihr Wasserbegeisterten. Die Entchen dürfen schon. Ich hoffe, ihr auch bald. Wir tun alles dafür. Hoffentlich bis bald.